Alter, ich krieg mal Flaschen nicht auf! Flaschenöffner? Es ist eine Milchflasche. Oh. Schlecht. Ich hab kein Accessionsproblem. Jetzt haben wir angeschüttet. Es ist jetzt alles verzweifelt. Es ist doch nicht fair, dass wir immer die so übelsten Winzer im Team kriegen. Ja doch. Warum ist das hierher? Oh mein Gott, ich kenn die Map. Ich glaub's ja gar nicht. Du kennst die Map? Ja. Ich glaub schon, wenn das die ist. Normal schon. Ja, das ist die. Da haben eh Spätzl gestern One vs One im Snipe bei Modus geschaut. Spätzl? Ist das nicht ne Art von Nudel? Ein Freund. Spätzl. Ah. Oh Junge! Nein! Warum tust du das? Was? Ey. Der hat deinen Knife gez... Der hat das Knife gezückt. Da wollten... Achso. Entschuldigung. Weiß er doch nicht. Der hat der doch schon längst geschossen. Hey Roland. Was hast du? Ich warne dir. Was sagst du? Da ist der, da ist der Knife. Nein, nicht die, nicht die, nicht die. Toll. Dafür hat der mich jetzt erschossen. Na eben. Hä? Was soll er machen in den letzten Sekunden? Ach, auf einmal oder was? Oh man. Ja. Ja. Hallo, Leute. Okay. Where we go? Come on purple, no. 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 Come hey. Purple, no. Purple, fuck you. Thank you. Ich fuck you. Gut. Oh, hier ist schön. Car. Enter. Halt ihn auf. Ich bin daumen. Ich muss nachladen. Halt ihn auf. Fuck. Sieht gut aus. Ja Marco ganz geschildt hinten. Ja, da hat der ganze Haufen voller Leichen. kaufen nicht kaufen ich würde nicht sorgen ich würde nicht pushen oder so näher war legt meine eier leute ja nämlich zurücklehnen geht es auch ob die haben jetzt ein bisschen unterstützung schöne waffe er geht ja so ich vorgehe oder gar nicht genau deswegen sich von anderen erschießen zu lassen rechts und längst wird das ist die geile taktik von marco schilds abgreifen andere vorschicken nein das ist ein teamspiel ich kann nicht einmal alles alleine irgendwo hingehen das ist richtig aber wenn du an dem vorstiegst dann sterben die natürlich ich bin doch auch gegangen jetzt kopie genau das ist meine begehen wird sich hat die bombe und kein bock dann zu gehen zu sterben positioniert sich neu und dann kommt jetzt raus wow super flash der do 1spot aber aber in 1spots ich bin tot alles hinten ja so nicht er hatte doch funktioniert ich folge ihm einfach ich habe wirklich von wachschitana aber Rechts war was, ne? Alles Gedeh. Und ein Seiten zerledert grade. Rechts. Obwens. Der Aircheck aus, aber. Wo? Das sah doch gut aus, ja? Das sah sehr gut aus. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Der Doe hat's drauf. Da kommt er nicht ran an die Bombe. Oh, Doe! Nice spray down, mate. Really? Also, das ist gut. Ja, ist nicht verkehrt. Mit der Waffe für mich. Ja, ja, sorry. Danke. Ja, Green. You're right. Ja. Das ist zu arschig gerade. Das hat gerade gepasst. Ja, ja, ja. Aha. Ich hatte keine. Aha. Hast'n du, oder hast'n nicht? Ist er tot? Ja. A ist clear. I'm planting the bomb. I'm planting the bomb. I'm planting the bomb. There's one city spawn. Okay, Mausse. Feigling. Terrorists win. Ja, ich musste dahin gehen zu Kars, sonst wären die so weit rausgepusht. A oder B. Ihr habt die Bomben. Äh, let's go B, guys. Das ist schön, Green. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Da sind so viele Leute. Sorry, man. Wow. Hast'n mich so erschrocken gerade. Mona, nicht. Ich hab' mich hingezogen. Ja, das haben wir dann. Geh' mit den, geh' mit den. One spot. Behind? Ja, von behind. Links oder rechts? T spawnen. Schönes Ding. Haha, nice. Hm. Kann mich jemand pushen? Ey. Ja, ein neues Ranks System, mate. Neues Ranks System. Ja, mach' ich. Oder willst du ne Nova haben? Und killst die von da oben. Ja, ja. Let's work. Jo, schön. Alter. Und dann lauft er weg, Alter. Was ist mit dem? Ja. Jo, plant on B. Mona, kannst du zu mir kommen? Und dann überbiegen? Na. Geht nicht? Angst. Dann geh' über T spawnen. Ich komm'. Ich komm'. Ich komm' noch. Wir ziehen uns dann über T-Spawn zurück, ne? Der ist doch. Keine Schuld, Zeit mehr. Ihr habt keine Zeit, Dorimo. Oh! Ich hab den Tod gesehen. Tut mir leid. Ich werd dich beerdigen. Alter! Er ist echt beim T-Spawn. Ich dachte, der wär auf einem Spot. Oh, hast du noch? Ja. Soll ich dich wieder boosten? Ja. Schönes Ding. Hast du eigentlich vor der Runde jemanden geholt, oder? Zwei. Drei. Junge. Pappel, no! No! Bump! Nein, 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 bitte. Ach, ich dachte, das warst du, okay. Nein. Ja. Wow. Was ist da los? Alter, das hat gerade geleckt. Ich bin jetzt gerade hinter der Wand gestanden und wieder nach vorne gesprungen. Ja. 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 Hey, Junge, Vance! The guy's left. Grenade! The guy's left. We are going to win this. Gut. Gerade so. Sehr schön. Ähm, was brauch ich? Demnächst. Geh. Kannst du auf die Awe schießen? Ja. Mhm. Ich hab die Bombe. Wo sollen wir hingehen? B? B? A? Warte, ich muss jetzt irgendwann husten. Geh, B. Willst du gar nicht herum? Nein, 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 nein. Geh, B. Voll der verwirrte Modus gerade. Oh! What the f**k? Mann! Das ging krall. Habe ich nicht. Ne, langweilig, sagt sie. Ich bin froh, dass wir mal gewinnen, aber okay. Oh wow. Soll ich dich boosten? Ja, ja. Ach, die mit ihren Hex. Mate, you like this song? Oh! Oh! Perde immer doch. Oh, das hat er. Um. Oh, die schocken. Ich komme zu dir, oder? Ja. Behind you, purple. Nice. Grenade! Oh, go to eight, please. Yes. One spot. Wow. Letzter Schuss. Oh, ein bisschen wollen wir bei B. Oh Gott. Ganz pushen, Mona. Du hast 30 Sekunden Zeit. Nach B. Nimm am besten das Messer, dann läufst du schneller. Jo. Sorry für offensichtliche Aussagen. Ich weiß nicht, wie dein Wissensstand ist, aber... Versuch nur zu helfen. Ja, bestimmt. Danke. So, um... Mann, wir gewinnen mal. Das ist doch nicht mit rechten Dingen. Ich schütze euch gleich. Ja! Ja! Ey, wie viel... Ja! Ey, ich schieb 20 Mal, ne? Und dann nochmal 5. Und dann nochmal 5. Dann killte mich. Und dann killte mich. War da einer? Achso, ich hab die Bomben. Sagt sie was. Wollte ich gerade erschießen? Wollte ich gerade erschießen, Mona. Weil ich nur den Kopf gesehen hab. Ja. Arschloch, Alter. Er so, die ERS... ... got carried from one player. Aha. Ja, und er bei einem. Äh, er von einem. Sure. Ich hab gar nicht gelesen in der Zeit. War keine Zeit. Sauft er wieder? Er kommt. Noch nicht gehen, Roland. Warte auf. Es passt schon. Ja, ist zu weh. Mal abzappeln. Ja, wieder die Bomben. Scheiß weiß ich, warum das mir die Bomben nicht anzeigt. Weil ich immer gleich die Waffen darunter. Okay. Kein Boost, ne? Ich hab keine Ahnung. Okay. Hätt ich eine kaufen können, hätt ich so was gesagt. Ich kann mir auch eine kaufen. Okay. Cool. Und dann ne Bunny Hopsey. Was, die Bomben? Wo hat's ihr? Ich bleib, 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 bleib. Er bleibt gleich tot. Ah. Kann da nicht bleiben, wo ich nicht ihr. Ich bin tot. Super. Wow. Die Welt. Wow. Wow. Die haben wir uns runtergespielt gerade. Uh, der Doh hat's rauf da. Dein Bruttermesser. Okay. P90 Z. P90 Z. Mit den Fakeskins. Mit den Fakeskins. Okay. Okay. A-Spot. Perfekt. okay kann sein dass wenn es kommt er kann nicht wenn es kommt wenn du die bombe geht ja wo ist die banden rechts hinten ich kann mir nicht bewegen sich bewegt sich doch ja jetzt links oben jetzt rechts wunderbar schönes ding das ist so gut gemacht ich die bombe oh gott ist wieder los jedes mal wenn ich eine p90 habe sterbe ich würde vielleicht gerne mehr kaufen wie sie streiten wo schrecklich kurs Ich glaube sie haben aufgegeben, kann das sein? So, I love you guy. I hope they don't find the weapons and win the round. Okay, so. Wow. One connected? Ah, scheiße! Und ich laufe genau ein hin. Wo war der? Rechts, nimmer, nimmer. Rechts. Ah. Andere ist rechts. Ja, links war auch einer. Okay. Alter, wenn die die Waffen finden, ne? Da ist denn der Platz da unten? Wow. So nedel. Du hast Molo. Tough. Bumma. Hey. Wo ist der? Check left side, ja. Affirmative. Oh oh. Freak. Scheiße. Im Flug. Ja gut, die haben nicht die Waffen gefunden. Ich wollte auch eigentlich erst, dass er den Molotov da hinwirft, aber er hätte ihn da rechts gefunden. Deswegen dachte ich ja, wisst ihr das. Dass er vielleicht doch auch rechts ist. Alles gut. Also richtig ist Twitch-Kiddy, Alter. Twitch-Kiddy, ja? Ich aber auch. Heißt der mit? Wie heißt denn dieser, dieser Chinese? Ist das Kim? Ich ja. Der, der eine Smiley von Twitch. Das ist Kim. Ja. Huch. Aha. Ich bin hängen geblieben. Ja, ja. E. Okay. What the fuck? Der hat mir 200 Schaden gemacht. Wow. Oh, der ist bin ich glücklich. Oh. 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 Oh Nein. Oh. kannst du mir eine pistole droppen etwas besser was ist denn nur mit den kanten los zurück immer wieder auf B ja dann auf einmal dreht er sich um gib mir zwei wen hört ne trifft ganz ruhig ganz ruhig in position zu halten time 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 seit nach Mona Mona jaaa danke ist ne bei B einer ist doch da Mona chill da oben wo ist er chill da oben einfach chill ok geh 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 spring einfach ne gut scheiße alter das ist nicht mehr witzig ne Das war der Beste, das war der Beste heute, kranker Mörder, oh boy, ah, das kommt auf die Highlights, der bleibt mir draußen, nicht allein noch B, noch einer nach B kommt, okay, er ist sich erledigt gerade, ah, fick dich doch einfach, er ist gleich tot, wir laufen die vorbeistelligter, Alter, Mona, ich hör das, ich hab nichts von uns gehört, er ist tot, Ich hoffe, von innen kommt nichts, jetzt redet, ne, nein, da oben, ja, scheiße, Oh, jetzt springt er unten, oh, jetzt ist es unten, ne, nice, Du hast gesehen, das war mehr Glück als das andere, ich hoffe, ist aber nice, mein, mein Army, Ich komm mit, ah, ich muss Mitte gehen, hab ich keine andere Waffe haben, ja, okay, Es ist so leid, es mir tut, Es ist so leid, es mir tut, Oh, ne, geht, steht rechts draußen, einer ist oben, Mitte, er boostet, und ist aber boostet, Grenade out, throwing fuzzbang, what the fuck, Und da stell dich nach rechts, ne, der ist unser, der ist unser Checkers, Hier rechts, ja, nach rechts, bleib da drauf, nicht pieken, bleib da, links, Er hat nix hängen, oben ist er, der Typ, Heffen, Flushbang, Bleib da drauf, du weißt bescheid, Okay, Das ist gleich Verstärkung, ah, wunderbar, wie schön das war, nice gold snake, Okay, Okay, I'll go begin, Let's get this done, Toe hin, Home paragraph, Can we go mid", Bitte Laying down smoke, Throwing flashbang. Affirmative Flashbang. Grenade out, Schhhh, Buch Halli Bambus ey. Geh mal! Oh. Er hat Dabler gemacht. Lass ihn mal machen, ja? Lass ihn mal machen. Bitte. Roland. Okay, okay. Oh, sorry, mate. Die Bombe. Sorry, sorry. So ein bisschen Angst gehabt um meine Frisur. Pustet bei so ne Gass. Oh ja. So ein bisschen Angst. Ego B. Ach, ich hab die Fischer. das ist einer holen mit wird mir alles nicht ist ziemlich ruhig wo ist der letzte? keine Ahnung Angst Ich spawne vielleicht, aufgegeben Ah, da war er Wunderbar, schönes Ding Und wieder kein Drop, war ja klar Oh man No Dropperino Hecker Vor allem ich, der letzte Oh man Oh man oh man Oh man oh man Ja Ich lucke Herr Genau